hallo da bin ich wieder mit was ganz ganz feinem und zwar kam heute die lieferung an von der lieben antonia vom beauty konzept und ich muss es euch unbedingt zeigen und zwar gibt es bei ihr wunderschöne steine ich liebe ja steine bei mir kann es gar nicht genug glitzern und funkeln und das möchte ich euch natürlich zeigen denn wenn ihr noch nicht die passenden richtigen steinchen gefunden hat rate ich euch bei ihr vorbeizuschauen und zwar schaut mal wie toll die funkeln ich drehe mir das licht noch mal ein bisschen so schaut es euch an richtig richtig schön dann gibt es hier noch so eine und zwar sind hier größere steinchen drin kleinere steinchen drin dann solche glas steine und richtig schöne einleger woraus man richtig richtig tolle designs machen kann funkeln tut das ganze natürlich mega mega toll dann aufpassen dass die mir hier nicht runter plumpsen das silberne steinchen ihr seht selber wie die funkeln perfekt für den sommer wenn die sonne drauf scheint funkelt ihr in alle richtungen und dann einmal dieses steinchen noch mal ein bisschen größer seht ihr das egal wie ich das blatt bewege aber ich bin richtig richtig begeistert von den steinen es gibt ja auch viele steine die man dann zugeschickrigt die Fotos dann wieder anders aussehen, als in Wirklichkeit sind. Aber bei diesen ist das nicht der Fall. Mit diesem bin ich richtig zufrieden. Richtig schöne Steine. So, dann gab es dabei noch richtig schöne Wraps. Mit Rosen und Schmetterling, passend jetzt zur Jahreszeit, wenn denn mal das Wetter besser werden würde. Wir drücken die Daumen. Dann diese Steinchen noch. Schön verpackt in so ein Tütchen, damit man die auch lagern kann, wenn man nicht gerade so eine Box hat, wo man sie rein tut. Richtig schön, oder? Also, wenn ihr Steinchen sucht, ich kann euch die nur empfehlen. Gibt es auch in so einer wunderschönen Box, mit silbernen verschiedene Größen. Und mit diesen Regenbogensteinchen auch verschiedene Größen von klein nach groß. Richtig praktisch eigentlich. Also, wenn ihr noch keine Box habt für die Steinchen, könnt ihr eigentlich direkt diese hier bei ihr bestellen. Dann hättet ihr zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und es gibt bei ihr noch wunderschönes Glitzer. Ich mach das mal einmal kurz auf, damit ihr das seht, wie kleine Diamanten da drin. Richtig, richtig schön. Also, mit den Steinchen oder mit dem Glitzer fällt ihr auf jeden Fall auf. Wenn ihr das auf euren Nagel tragen würdet, wäre es der Hingucker. Dann zeige ich euch noch einmal schnell das funkelnde Steinchen. Und dann werde ich sie gut in meinem Schrank einschließen, bevor meine Kinder sind geklaut. Und die lieben Glitzersteinchen genauso sehr wie ich. Ich mach mal die silbernen. Gibt es auch in verschiedene Größen, wer es jetzt nicht so bunt mag. Zudem hat die liebe Antonia noch viele, viele andere tolle Produkte in ihrem Shop. Den Link von ihrem Shop packe ich euch in die Infobox. Dann schaut euch ruhig mal dort um. Packt euch den Warenkorb voll und lasst euch genauso verzaubern wie ich. Seht ihr, wie das glinzt? Richtig schön. Ich liebe sie jetzt schon. So. Das wärs auch schon. Das war ein kurzes knappes Video, aber ich musste euch das unbedingt zeigen. Da kam ich jetzt nicht drum rum. Weil sowas Schönes muss ich einfach mit euch teilen. Ich werde euch nach dem Video hier noch Fotos davon einblenden, damit ihr sie auch so noch mal auf dem Foto sehen könnt. Und dann schaut euch doch einfach mal bei der lieben Antonia um. Ich würde sagen, ich drehe jetzt noch andere Videos ab und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.